Letztes Mal bei VR-Horror. Steve hat sich von dem kleinen Gür erschrecken lassen und den Weg aus der bösen Horror-Dimension gefunden. Und da ist man einmal stolz auf ihn, lässt er sich von der gleichen Zülpe gleich nochmal erschrecken. Wenigstens findet er endlich heraus, was es mit dem Teddy auf sich hat, den er so mag. Ah! Was war da? Ah! Da ist die irre Frau! Oh Gott! Warum ist sie auf einmal jetzt hier? Nachdem ich den Teddy aktiviert habe? Dieses Papier da unten. Das habe ich schon versucht aufzugreifen. Das hat nicht funktioniert. Mach es nochmal. Oh, jetzt geht's natürlich. Toll! Aber das ist ja noch eine Fundliste, die ich... Oh, da habe ich aber eins von dir sogar schon. Drei Sachen davon habe ich schon. Aha. Cool, dann kann ich jetzt ja gehen. Ja, jetzt versuch, ähm... nochmal unten. Du meinst da, wo die Irre auf mich wartet? Ja. Ich habe das Scheiß Ding gefunden, wo es reingehört. Und welche Tür ist es? Im Wohnzimmer. Oh. Oh. Die Küche! Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ist da eine Tür noch? Hast du richtig Fahne? Ja. Nein. Oh, die ist aber gut gelandet. Kommst du da weiter? Geht's weiter, oder? Ich muss da weiterkommen, sonst geht das Spiel nicht weiter. Vielleicht kommst du jetzt zum Feuer. Ja. Ja, ich glaube schon. Das muss dir jetzt passen eigentlich. Okay. Ja, Hallöchen! Na dann... Du weißt ja, was du machen musst. Ich weiß, was ich machen muss. Oh, ich habe keine Lust, Rick. Geh rein. Oh, nein. Oh Gott, warum gibt es hier so einen Gruselkeller? Der Pornokeller, nein! Oh! Nee. Taschenlampe weg. Das war meine Taschenlampe. Ach, nö. Okay. Da ist der Satanistenring. Hallöchen. Wo ich hingehe? Brauch ich keine Taschenlampe. Ach, herrje. Dieses Porträt gerade, ey. Oh, das ist creepy. Bewegt sich? Sieht aus wie Orochimaru. Oh. Oh, 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 oh. Orochimaru. Mhm. Kannst du einsammeln? Nee. Auge. Was mache ich mit dem Auge? Hier sind viele davon. Verschiedene Symbole. First, feed the flame. Feed the flame. Der Boden wird nicht richtig erkannt. Okay, und dann? Lege ich die richtigen Symbole rauf? Ist das richtig? Ah ja. Ähm. Das Ding ist weg. Das ist doch das hier. Ah, jetzt kann ich es aufheben. Ja, das ist nur... Manchmal kann man Sachen echt nicht greifen, ne? Mucho Gute Programmieto. Okay, muss noch eins sein? Siehst du hier noch eine Münze? Naja, du siehst eh viel besser alles. Oh, guck mal, das ist eine Puppe. Das ist die Puppe, die ich brauche. Oh Gott. Die Creeperei ist einfach... ...viel zu groß. Ah. Hier glitzert sie. Na gut. Das hier aber auch... Guck mal, die sieht genauso aus wie die andere. Also fast. Puh. Und jetzt? Blätter weiter? Geht nicht? Ah! Ah! Oh, da ist so ein schwarzes Ding. Das mich erschrecken sollte. Oh, hi! Hier! Du musst schlafen! Sie kommt! Sie kommt! Was ist denn denn eine... Blaulicht? Oh! 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 Embrace the darkness! Okay. Ich dachte, ich muss mich da heiden! Oh, fuck! Oh, fuck! Warum hast du jetzt ne anderen Taschenaboblos? Äh, ich weiß nicht genau. Für irgendwas brauche ich den vielleicht. Okay, also wir wissen auf jeden Fall... Hier muss ich zu... Oh! What is she doing here? What? Ich vermute mal, hier hast du jetzt... Alles gemacht so. Ja, und jetzt kann ich auch noch nach Sperma-Flecken suchen. Ja, geil. See the truth! Ich kann jetzt die Truth sehen. Oh! Flecken. Blutspritzerchen. Okay, die führen da hin. Blutspritzerchen! Du sie jetzt aufmachen kannst? Nö. Mal einen Blick in mein schlaues Büchlein werfen. Oh! Why, why, why? Okay, irgendwie muss ich in diese Tür, aber wie? Ähm, waren die Stühle gerade auch noch so? Waren die schon so? Dort waren die, glaube ich, gerade nicht. Okay, irgendwas mit der Flasche, oder? Nee, was weiß ich denn aus? Oh! 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 Was ist das? Da ist ein schwarzes Ding. Oh! Bin ich jetzt tot? Ich bin mir grad nicht sicher, ob ich tot bin, oder ob das so sein soll. Oh, das ist neu! Oh! Der wird aber reingezogen. Und wo rein? In dem Keep-out-Ding. Geht er mal hin? Ja, da war ich gerade schon. Oh! Find me! Ah ja, ist offen jetzt! Schön auch! Hallo! E-Beams! Hier sind Regale. Ich mach doch mal das Ding auf, ne? Könnte bestimmt nichts passieren. Blutspur! Sicher, dass das Blut ist? Dass da nicht jemand ordentlich abgeweint hat? Das ist so ein Drecksack. Aha! Aha! Oh! Ist das der Typ? Ja! Ich glaube, der hat relativ wenig Kopf. Ah, deshalb sieht das so merkwürdig aus. Da ist der Schlüssel! Was? Schlüssel! Na, was? Oh! Mucho scary! Welche Tür ist? Oh! Ah! Warum? Was war das? Das nennt sich Jumpscare. Ich stoppe! Ich werde es jetzt stoppen! Das ist nicht der richtige Schlüssel. Okay, dann, ähm... Vielleicht irgendwo anders. Da bestimmt. Ja. Okay. Vielleicht musst du ja bald rennen. Ja, und? Oh! Kommt jetzt wenigstens John Wick? Ähm... Ähm... Ah! Ah! Versteckst du dich jetzt sofort? Ja! Aber deine Tür hat sich geöffnet, ne? Was hat sich die Tür geöffnet, sagst du? Ja, die Tür, aus der sie rausgekommen ist. Aber die war schon auf. Nee. Nächstes Mal bei VR-Horror! Das große Finale! Fliegende Erziehungsberechtigte! Der Dachboden der enthaupteten Blakes! Die letzte verschlossene Tür und ein Ende! Ich sag euch! So krass! Wow! So unglaublich! Einfach... Wow! Tja! Tja!